Jo, hei, zurück zu Dragon Sogmar. Wir sind hier in der Mission nochmal mit diesem Bogenschützen. Der wartet hier scheinbar bei dieser Rust-Stätte auf uns. Jo, da steht er. Ich weiß noch nicht, ob wir den... Na, okay. Keine andere Möglichkeit. Weil eigentlich würde ich gerne... Also erstmal, natürlich warten wir ab. Äh, und eigentlich würde ich gerne diese eine Höhle freischalten, weil das wäre natürlich eine mega Abkürzung. Aber wurscht, wir folgen ihm jetzt erstmal zu seiner Hütte. Wo ist er? Da ist er. Oh, nein. Okay, weiter geht's. So, Peter weiß aber ein bisschen, wo es lang geht. So, Elfie-Boy. Wollen wir mal weiter? Okay, du zeigst, wo es lang geht. Wir kommen mit. Alles kaputt machen, sehr schön. Okay. Ja. 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 Oh, ein bisschen wissen wir auch, wo es lang geht, Junge. Ist nicht so, als wärst du der Einzige. Okay, du willst woanders lang? Okay, komme. Oder hier wollen wir auch lang, oder? Genau. Okay. 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 Warten wir auf ihn, so schnell ist er nicht. Nö. So, Peter, wir sind da, wenn es, also an uns liegt es nicht. Wo ist er jetzt? Er wartet oben, ne? We need not words to show our intentions. The elves may come to trust us if we prove ourselves indeed. Fear not, I'll think of something. Mm, okay. 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 Ich habe ihn für dich interpretiert. Jetzt, komm. Der Ort der Trial sollte sein, ist gerade vor Ort. Die Trial der Archerie werden hier gehalten. Ich bitte, du wirst einen Moment, während ich meine Entrie vorbereiten. Aber ich habe gerade gehört. Wo sind alle Kustodien? Sie haben wohl nicht die Posten gehalten. Können wir uns amiss? Oh, okay. Ja, let's go, man. Ja, let's go. Komm, lass mal gucken. Hm, doch, eher irgendwo da unten. Autschi. Einfach mal aus dem Maul gelegt. So, noch weiter unten? Okay, komm. Oh, ich will aber eigentlich jetzt nicht so weit laufen, Mädels. Achso, von hier über die Wurzel hätte man natürlich runtergekonnt, ne? Dann kann man vielleicht auch so. Oh, nicht. Au, 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 au. Naja, geht. Ja, okay. Mit ein bisschen Autschi beim Bautchi. So. Oh, ich weiß nicht. Das ist ja geil, oder? Let's go. I shan't let them harm you. I'll hold the enemy in place. Splendid. Oga, Oga. Wir waren ja schon mal hier, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wo die sind. Ja, hat sie mich gekriegt, ne? Man, sehr gut. An obstacle blocks our way. Ja, hilf doch, mach doch. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas. Nicht so richtig, ne? Komm, ist doch wurscht. Oh nein, das sieht nicht so gesund aus. Ich hab noch nicht so gut. Wenn ich schnell reagiere, dann höre ich. Schau mal, Freund. Ich werde mich schreien, wenn mein Vater sie aufzucht. Als ich Oga schreie meine Schreie, ich frage mich, dass du sie in die Sicherheit steigernisierst. Ich habe niemals versucht, mich zu schreien, so weit entfernt zu schreien. Auch die Archerie nicht so wichtig ist. Und zwar, für meine Schreie, meine Schreie müssen nachher fliegen. Das ist wahr. Und jetzt Kori, Schau, vor mir. Ein guter Plan, wenn ich mich nicht mehr schließen muss. Ich will mich nicht mehr schließen. Ich will mich nicht mehr schließen. Bei mir. Ich will dann diese Pfeile, der schließen muss. Ich will mich nicht mehr schließen. 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 Ich werde das閉en. Für den Bewusstsein! Oh noo! Oh noo! Was passiert? Bist du kaputt oder was? Na, die ist nicht ganz leicht. Man sagt immer leicht wie eine Elfe, aber naja. Oh, way out. Let us make haste. Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. Words shall neer suffice to express my gratitude, friend. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am for heir in your debt. Etaler, Leafermur Eldahlia Erloth. Findlenar. Kurtsamannit. 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 Kassinke Telpe nun finde Ler. Lerer ne für Heranon, an ne Arteher für Nis. Klar bleiben wir das. Bleib mal hier, Peter. Hat er sich weggebeamt, du? Ich glaub's nicht. Oh, ähm. Oh. Bleib mal hier. Das ist gut. Das macht er da hinten, da haben wir leichte Probleme. Zielkristall. Alter, ein Zielkristall. What the dark. Was ist das? Zielkristall, hier. Markierung, die überplatziert werden kann, wohin man zurückkehren möchte. Das ist nice. Ein Reisestrein bringt einen dann, okay, die könnten wir natürlich unten gut gebrauchen bei, wie heißt das denn? Ja, ich vergesse es immer. Bagtal irgendwas. Bagdiben, Bagtal. Wo man ja nicht hinreisen kann eigentlich. Hier unten. Und das wäre natürlich nice, wenn man den da platziert. Bagtal, Bag, Batal. Okay, so schwer ist es auch nicht. Das ist aber fresh, ne? Weil das wäre richtig supi nice. Jetzt, äh, kurz mal... Wir wollen eigentlich diese noch erkunden, ne? Dass wir da diese Leiter mal freischalten können. Und Mel will, wir brauchen noch heftigst Schwerter. Ja, genau. Ist das jetzt hier nur für diese, ähm, Höhle? Oder kommen wir von der auch irgendwie nochmal weiter? Er stürzt andauernd ab, ne? Hauptsache, tut sich nicht weh. Okay, also man kann halt hier, dann jetzt da durch, okay. Das war auch das Ausrufezeichen, was es dann hier gab, okay. Mhm, 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 mhm. So, lass uns gucken, dass wir diese andere Höhle eben finden. Weil, und überhaupt. Ja, wir müssen aber dummerweise in die, wirklich in diese Richtung irgendwie. Mal kurz hier rumlaufen, vielleicht kann man dann drehen. Ja, geht's noch? Die einen sagen so, ich sehe das erstmal anders. Protection. Eben protecten können. Wohin führt der Pfad? Mhm. Also ich glaube, wohin guckt denn das Ding? Okay, dieser Pfad. Erkon. Das haben wir aber schon mal gemacht. Jetzt aber die Frage, wie kommen wir zu dieser Höhle hin? Das müssen wir mal schauen. Ich muss mal eben kurz gucken, ob das hier sinnvoll ist. Weil das Ding ist natürlich, jetzt geht jetzt hier runter. Da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. Aber, wir müssen eigentlich an die Küste. Also daher, also Küste, wir müssen ans Ufer hier. Wahrscheinlich habe ich mir vorher in die Hose gemacht. Weil hier haben wir auf jeden Fall schon mal gefightet. Hier irgendwo. Und ich bin aber hier nicht runtergegangen. Das ist der... Das ist der Grund, oder? Kurz auch mal schauen. Okay, ne, nicht wirklich. Nichtsdestotrotz. So, sehr fresh. Wir waren halt da hinten schon mal. Das ist halt auch in der Situation in Ordnung. Ich weiß immer nicht, ob diese Marke einfach nur wegen... Oh, ist ganz nice, hier mal gewesen zu sein. Stecken. Oder ob man... Dass ich dann noch was überlegen muss. Okay, so. So, also da drüben der Ogre. Der macht nichts mehr. Und noch der pennt. Okay. Mhm, der macht schon noch was. Okay, bedeutet aber auch, dass wir wieder rauf müssen. Um letztendlich die Höhle zu finden, ne? Gut, dann lass uns das mal innen machen. Die Höhle muss dann ganz oben irgendwo sein. Damit wir da rüber kommen. Ach, komm. Weil wir schon wieder schlappi sind. Okay. 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 Na komm, ich weiß, dass du das kannst. Okay, und geht es hier denn noch weiter rauf? Nein, also... Das heißt, wir müssen schon ganz auf die andere Seite laufen. Irgendwie hier nochmal um das Ding rum. Oder? Na, wisst ihr was? Ich gucke mir das einmal an. Den Weg jetzt müssen wir nicht unbedingt alle zusammenfinden. Und dann melde ich mich beim nächsten Mal. Wahrscheinlich eh von einer ganz anderen Session, weil hier nochmal eben kurz die Höhle aufräumen, das ist jetzt kein Ding. Also, machen wir beim nächsten Mal. Bis dennne. Ciao. Danke. Vielen Dank.